um die johle kommen b Prozent zu beklärt zusammen mit den zwei Lappen hier und ich bin in meinem Tempel und Sven ist keine Ahnung wo ich bin Curry aufstehen ja und ich hab keinen Saunen und keinen Ton ist richtig geil ja das ist ja richtig scheiße ja da kann sich dafür ja doch ich glaub schon eben du kannst du das einfach nicht drauf Markus Musik und Geräusche sind an und jetzt kommt nichts richtig schwul Aua hab ich jetzt ne Lohe? Nein hab ich nicht gekriegt Bauer 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 Magma Schleim Tod Bauer Bauer Ja wir haben jetzt mal dass wir ein bisschen mehr Strom kriegen und dann machen wir weiter Wo ist da die Logik? Du hast es gemacht Du bist hier Mr. Logik Mr. There is no Logik Wir müssen uns mal Tränke brauchen so Anti-Feuer The Query add blablabla wo keep bababla Ja aber nicht da wo du sie hinsetzen wolltest sitze über Land sonst hast du gleich wieder ein Meer drin da haben wir jetzt so ein Haufen Wasser Was hat hier Query? Jetzt sitzt sie aber schon im Wasser Futur Ja Ja eben drum Da haben wir wieder ein Haufen Wasser was wieder das Server abschießt Soll ich da rein oder nicht? Nein ich glaube nicht Ja ne Futur ist jetzt egal Ok Die lassen wir jetzt einfach so laufen hätte ich gesagt Weil ich sag's mal so bevor die auf den Lavasier kommt und stehen bleibt das auch scheiße Ja Dann müssen wir trotzdem fluten Weil wenn das jetzt einmal in alle zwei Monate passiert dass wir da was tun müssen glaube ich überleben wir oder? Ja Muss ich dann nur wieder die Energy Bridge hertragen auch blöd ne? Natürlich So ein Transport Pipe So ein Contactive Pipe Face Contactive Pipe Äh jetzt muss ich dann auch mit dem Keller gucken wie nochmal die Dinger waren 112 von 102 glaube ich Nicht glaub 120 war einer Aber 112 von 120 Aber die Frage ist welcher war welcher? Alter 112 ist er Für die Steine Wo ist er denn? Warum sind hier so viele Kabel? Ach da macht der Futur sein neues Ding hin Ja Ich hab jetzt vier Lohn 112 und 100 Ach juju Womit er nehmen sollen, Idiot 112 und 120 Das heißt ich brauche noch eine Golden Contactive Pipe Oh Mann ist hier unten laut Ich brauche noch eine Ich brauche zwei Endertanks bauen Mit Ausbruch an Lava erhöht Und Was sind jetzt Katzen? Wie geil ist das denn? Wirb Katze Glas und Gold Und da dann Redstone drauf packen Was redest du über Katzen Junge? Die Geister Ja die Geister ist ja immer ein Gast glaube ich Gast Und jetzt äh mit diesem Modpack sind das Katzen Ja putz dich Ja tödlich putz So Futo wir müssen dann übrigens gleich wieder zusammen so ein bisschen interagieren ne? Wegen Wir müssen dann wieder an zwei Orten gleichzeitig stehen um die Curry zu starten So 112 war jetzt der hier Ja ich gebe ihn zurück Public Der hier ist Public auf 120 Send & Receive So probieren wir es Ja ich ko- Moment Ja natürlich haben wir jetzt in dem Ding Lohn und ein Ender Da No respawn Probier es jetzt ohne dich Wow sieben Lohn Dinger habe ich jetzt schon Ich glaube es funktioniert Fude Es explodiert zumindest nicht Super Also wenn das Kabel hier nämlich sich aufbläht und dann kurz vorm explodieren Es funktioniert jetzt nicht Ja jetzt nicht auf der Rahmen baut sich auf Ohje Das wird wieder eine riesen Query Haben wir wieder 200.000 Blöcke Zeit Ja aber diesmal muss sie ja keinen Berg wegfetzen Ja geht schneller Ja Sondern diesmal fängt sie gleich irgendwie Ich habe sieben Lohn geformt Sondern diesmal fängt sie ja gleich auf der Höhe der Fläche an Wo vorhin der Berg drauf stand Dass ich jetzt sieben Lohn habe Sieht schon immer geil aus wenn die Carry sich aufbaut Aber wenn wir selber in Minecraft so schnell Blöcke setzen könnten ey Wie die rumspaced Weil es eine andere IP ist Ahja Was? Na die Wegpunkte sind weg ja Nein meine nicht Ja ich weiß sie wenn du mich weißt Ich habe ein bisschen in den Minecraft-Dateien rumgespielt Nein So So gleich wird die Carry ein Block in mir drin sitzen Mal schauen ob ich dann sterbe Nein ich falle in den Block rein Aber das ist Elchieftv ist richtig geil Das sieht man von hier Ich will noch beleuchten Wo denn? Hier her und so Ja oder da siehst du es doch Ich sehs nicht So ein Lappen Endertank Wo ist er denn hier? Sichtvoll die Carry funktioniert jetzt Dian Wolle Bessel Und Ender Perle Carry läuft jetzt übrigens Cut Oh Gas drin haben wir jetzt Schwarzpulver Sohn Brauche ich Wolle Eine Wolle Ne ich brauche erstmal doch eine Wolle Dann brauche ich Ob Nein Kuto irgendwas funktioniert nicht Warum? Geh mal bitte nach Hause Bin daheim Und jetzt geh mal runter in den Killer Unter der Box Die Dings Was steht da für eine Nummer drauf? Ja also hier funktioniert's Echt kommt was an? 120 Was unter der Kiste? Also da kommt nichts an Ne äh 112 Und was steht drinnen? Äh Owner Evil Soldier Send and Receive Und was ist oben rechts? Kill God Okay gut Hat der jetzt Lust was gleich probieren Wenn da wieder ein Blöcken dran ist Kommt Blöcke drüben an bei dir? Ja das kommen sie Gut Es war nämlich auf Hier ich hatte hier Public stehen und drüben privat Dann kann's ja nicht funktionieren Ja eben du Lappen Aber jetzt funktioniert's ja dann Schau Hab ich gelöst Ja jetzt füllt sich wieder So wie mach man Ein Kessel Naja les nach Ah ok Ist ja einfach Wie viel Eisen haben wir denn? Warum hier nur 1800 Zwei Kessel Dann haben wir zwei neue Ender Tanks Wenn stehst du da grad Steht Also wenn gehen wir mal Mostone covers Jo warte Weil wir ein bisschen keine mehr Die hab ich genommen Mostone cover Alter du brauchst ja eh nur eine Das ist ja geil Minecraft is one out of movie Geil Ja sein Minecraft is the crash Jolo die ist am Start wieder Ich mag es so krank wenn du aus unserer Teleporttür rausläufst Nur nach dem Maya Tempel hoch Die Spitze ist einfach über den Wolken Ist doch geil Also Mostone cover hast du jetzt oder? Ja die hab ich hier Ich mach grad den Boden Weiß Bescheid Wo bist du oben? Bei der Spitze oder? Ja ich bin Spitze Link Hier So dann Oder wat? Ja Au Warte bleib mal hier Warte Na ich kann dir diese Mostone Steps-Trips da wieder geben Steps-Trips? Ups Da hab ich wieder eingesammelt Scheiß warte mal Weil da unten stehen Brauch ich und Redstone-Motoren Warum haben wir zehn Redstone-Motoren? Keine Ahnung Das ist gut Brauch ich Das ist gut Äh so Markus Jetzt bin ich wieder Und ich bin wieder geschlungen, geil Au Au Ups Mann Hälsse hiervon? Auch ein Ranch Vielleicht 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 ja da noch so ein Mini-Stick dahin Was? Nochmal Spitze Ein Spitzhoch Oder was? Ein Spitzhoch Ein Block oder zwei hoch? Ein Block Lass mal ein Block erstmal Wie heißt das Ding auf Deutsch Die Ranch Keine Ahnung Keine Ahnung Bart's Ranch heißt es trotzdem noch Okay, Bart's Ranch Ja, du mit deinem Ghoul übersetzer Das ist für'n Arsch Aber überset dich selber Bin ich besser dran, ja Also So Warum kann ich das nicht drehen? Äh ja 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 Du stehst im Block, dann kann ich nicht bauen Du stehst im Block, dann kann ich nicht bauen Jo, die Zeit So Was für Dinger willst du drehen? Ich will die Redstone-Motoren so anbauen, dass sie an die Ding gehen, an die Pipes, aber es geht nicht Ja Ja, was für'n Ranch benutze? Oh Oh, was? Was? Was ist ein Skelett? Kommt das jetzt in? Alle Guck's mir an Kann's aber nicht drehen Die kann man drehen Ah geil, unsichtbare Blöcke Ne, mit irgendeinem Ranch geht's Ich muss ausprobieren Gut, unsichtbare Blöcke Wo hast du die? Okay Wird er verkackts grad bei mir oder selber? Äh, eigentlich lag der selber nicht Liegt's an mir Na, hab ich aber auch von der Verbindung auch bei mir Geil, die Blöcke sind nichtbar Nice Aber ich glaube, das sind 15 Minuten schon, oder? Was? 14 Minuten schon, oder? Da Das sind ein paar Ich hab grad'n, äh, weg gehabt Jetzt sind die Blöcke immer noch da So, und jetzt wie dreh' ich den Dinger? Äh, ja, kann ja auch nicht funktionieren, Futur Ah, da unten muss erst mal ne Wundern hin Wie ich so Achso Ich hab' vergessen mein Stoff zu stellen Weiß ich nicht Du hattest ja auch einmal kurz nen Break, ne? Ja, aber das war eher Ja, die war jetzt, die erste Folge ist jetzt rum, dann Äh, Futur, du solltest aber den zweiten Dings sie auch nen anderen Code geben, ne? Ne, ne, der ist richtig so Gut, wenn der Futur das sagt, dass er erst verruhigt ist Alles weiß halt Ja, aber der andere ist doch auch alles weiß Ja, probier, ich will es mal testen Äh Bett mir die Folge heute herunnen Wie hast du das jetzt gemacht? Das war heute ne Folge von Take a Light Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020